Ja, er kriegt schon ordentlich. Das ist okay. Der gibt auch gut Geld. Dann werden wir den upgraden hier, dass der hintere nur ein bisschen Dummste hat. Hier kommt ein unsichtbarer Boss. Besonders ungut. Das wird schwierig werden. Aber wir haben ihn. So, jetzt muss er natürlich den Rest hier auch noch wegfetzen. Er gibt zwar gut Geld, aber das Problem ist, ich kann ihn jetzt nicht upgraden, weil sonst kriegen wir aufs Maul. So, jetzt machen wir aber scheiß drauf. Die restlichen Tower, die schaffen das schon. Ist okay. War einfach fällig. Jetzt kommt hier der da. Mal schauen, wie wir mit dem klarkommen. Das ist ein Fliegender, der müsste ordentlich kassieren von dem. Gibt er auch. Schaut euch den Damage an. Vier Schüsse und weg ist er der Boss. Das hat Style. Machen wir bei dem auch. Und dann machen wir einen 160er draus. Der wird mit einem Schuss dann die Bosse wegmachen. Da freue ich mich drauf. Also mit einem Schuss, nicht nur mit zwei oder so. Da freue ich mich echt drauf, den abzugraden. Jetzt machen wir das richtig. Die sind schon mächtig. Da brauche ich keine Flugabwehr, wenn ich die habe. Aber die haben halt nur eine kleine Range. Also der muss genau hier vorbei. In dem Sinne geht es ja. So, jetzt ist es schon hier. Und jetzt der Damage ist hervorragend. So, genug Geld haben wir. Wir machen den Max Level. Wird ein bisschen dauern jetzt. Aber die anderen, die machen das. Die anderen Tower. Was ist jetzt mit ihm? Jo, Max Level hat er. Der schaut aus wie ein Level 1er jetzt. Wow. Der haut Damage raus, Leute. Ich sage, wow. Und Gold. Ich sage es euch doch, dass da Gold drin ist. Das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen. So. 18 Karotten haben wir. Das ist nicht so viel. Schauen wir da rein. Wie sieht es aus hier? Was müssen wir machen? Unsichtbarer Boss ist es, glaube ich. Der weiße hier. Ich weiß nicht, ob die unsichtbaren kommen. Wir müssen mal gucken. Dann müssen wir gucken. Wenn nicht, muss man ein zweites Mal anfangen. Gut, wird es Schlimmeres geben. Kommen wieder von zwei Seiten. Das heißt, ich werde sie auf eine Seite lotsen. Wir machen das so. Und hier wird dann der Massendamage sein. Das ist blöd. Gehen weg hier. So. So. Und. Machen wir was gegen unsichtbarer. Ist das scheißegal. Zack. Ja, wir lassen uns hier nicht lumpen. Also. Let's go. Ladies and Children. Die Dinger hier müssen wir natürlich klauen. Und da kommen sie schon die unsichtbaren. Also. Nase war richtig. Musst du mal schauen. Wir müssen hier noch so ein Ding hin geben. So sollte das ganz gut ablaufen. Wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das schon hin. Gute Range haben wir. Die ersten haben wir upgradet. Wieder unsichtbare. Ich hasse sie, die unsichtbaren. Hier sind sehr viele unsichtbare. Aber gut. Aber gut. Und abquälen. Da kommt der erste Boss. Ich denke, den werden wir schaffen. Kurz mal gucken. Da kommen auch noch einen hin. Wir brauchen hier Damage wie Sau. Für diese Pisspacken hier. Hier ist Gold drin. Aber es wird auch schwierig werden. So. Einen brauche ich noch. Eine Münze. Das sieht nach dem Boss aus des Links. Genau. Ein unsichtbarer Boss. Richtig ekelhaft. So. Den schnell abquälen. Wie gesagt, wir brauchen Range. Oh, der hält aber auch aus. Scheiße, Leute. Oh, Kacke. Das könnte sein, dass die durchgehen. Ah, es geht sich aus. Wird schwierig, aber es geht sich aus. Okay, scheiße auf Range. Wir machen das anders. So. Der erste 80er. Der zweite 80er. Wir kriegen das schon hin. Ladies and Gentlemen. So. Wir beschützen unsere Karotten. Das sind ja fast nur unsichtbare. Aber ich habe den auch super still, muss ich sagen. Schön in der Mitte. Das läuft. So. Jetzt können wir den upgrade. Läuft. Und dann werden wir nur einen 160er machen. Und zwar hier. Den da. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Ich hoffe, das geht sich aus, bis der da vorne ist. Bei dem bräuchte ich nämlich wirklich. Der macht wirklich extrem guten Damage. So, er ist fertig. Läuft. Läuft. Der wird auch mal auch gut Geld geben. Dass man den da hinten da machen kann. Wieso hat man der jetzt kein Geld gegeben? Lol. Ich habe fast nichts gekriegt für den. Das ist doch ekelhaft. Hm. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Gut. Dann machen wir da noch was. Was wurscht es. Jetzt kommen wir noch ein Boss. Ein super Fliegerboss. Oder wie wir den nennen. Scheiße. Aber egal. Der wird sich weghauen hier. Wow. Der fliegt hier drüber. Scheiße. Oh, das habe ich nicht bedacht. Schieß ihn weg. Oh, scheiße. Wo schnell den? Wird es noch gehen? Wird es noch gehen? Oh, jetzt muss ich noch mal anfangen. Weil das ist inakzeptabel. Das ist locker schaffbar. Das war ein Fehler, Fehler, Fehler. Kann ja passieren. So, der Aufbau ist okay. Da haben wir mal Scheiß gebaut. Kann ja vorkommen. Ach, leider, leider. Das ist wirklich ekelhaft. So, wir machen das so. So geht es besser. Und die fordern gleich alle abgräben. Schade, schade. Aber wie gesagt, kann passieren. Da kann man nichts machen. Ekelhaft, Leute. Ekelhaft. Diese scheiße unsichtbaren Ratten. So, upgrade. Neuer Versuch. Neues Glück. Wobei, Glück. Hier, Skill. Wir bringen das dann hin. So, upgrade. So, jetzt müssen wir ein bisschen langsamer hier, damit wir das hinkriegen. Brauchen wir ein bisschen Kohle. Mal upgrade. Kommt auch genau richtig. Viel Geld gibt es ja nicht für die, aber genug jedenfalls. Der ist ein bisschen ein Problem, aber es wird auch gehen. Oh, das könnte ein Problem werden. Oh, shit. Geht sie aus, geht sie aus, geht sie aus. Boah, das war schon ungut. Dann werden wir den upgraden, so wie den upgraden. Genau, wenn die Feinde kommen. Das hat die wieder super gemacht. Aber es wird sich ausgehen, ist nicht so das Problem. So, den upgraden. So, den upgraden. Ordentlich Damage raushauen hier. Wir müssen da drüben gegen diesen Superdingsbumster verteidigen. Aber ich glaube, jetzt habe ich es eh besser gemacht. So, wir haben genug Kohle. Upgrade, Upgrade. Dali Bagali, bitte und danke. Läuft. So, vielleicht können wir nur einen auf Max. So, den fliegen dann nur. Schauen wir, was der Kohle rausbringt. So, den Hammer. Mal schnell die Range anschauen. Hier hinten können wir nur einen machen vielleicht. Okay, upgraden hier. Jetzt geht es besser. Wir haben es, wir haben es, wir haben es. So, dann upgraden wir auch nochmal. Läuft. So, das ist Hammer. Brauche ich nichts mehr machen. Ist okay. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Haut hin, Leute. Gold. Jawohl. Das ist toll. Das ist 1A. So, schauen wir zu den Toren. Wegen Upgrades. Den haben wir auf 4, das läuft. Was haben wir denn sonst? Vielleicht kriege ich hier mehr Range bei dem, wenn ich den abgrate. Machen wir mal. Können wir ja schauen dann, was das ist. Ist ja nicht so schlimm, wenn sie mal über nichts ist. So, wir haben eine neue Map. Oh, jetzt habe ich nicht geschaut, was kommt. Scheiße. Müssen wir nochmal raus. Äh, 2Menü. Da müssen wir nochmal raus. Denn ich muss wissen, ob Unsichtbare kommen oder nicht. Ich nehme mal an. Ja, so eklig wie das ist. Ja, und wie hier Unsichtbare kommen. Holy. Moly. So. Da sind die Koron... Oh, wie beschissen ist das denn? Oh. Leider in der Mitte. Wenn wir den jetzt upgraden, hat er dann mehr Range? Nö. Aber wir machen es einfach mal. Ja, was können wir hier machen? Der, der hilft mir ja insofern nicht so viel hier. Oder? Doch. Ja, machen wir das mal so. Na, da bin ich jetzt neugierig, wie wir da klarkommen, Leute. Das wird ein bisschen schwierig werden. Da muss ich jetzt zwangsweise mit Artillerie arbeiten, sonst wird das echt heiße Sache. Nehmen wir da in der Mitte ne Artillerie. Da haben wir ein bisschen Kohle hier. Den kriegen wir schon immer. Okay, falsch gestartet. Ich sehe schon. Schwierig. Schwierig, Leute. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Dann nehmen wir sie mal weg. So. So. Und hier noch etwas gegen Fliegen, die werden wir da hinten noch machen. Und da nehmen wir noch den da. So. Leute, los geht's. Auf geht die Party. Wir bringen die schon hin. So, schießt's mal den ab. Und jetzt müssen wir dann langsam gegen Unsichtbare auch was machen, weil die werden gleich kommen. Es wird gleich soweit sein. Das heißt hier, die Vogelscheuche. Ja, nur zur Sicherheit. Hey, wo ist denn der da zum Beispiel? Seht ihr den? Wie ist denn der durchgekommen? Das verstehe, wer will. Wie ist denn der durchgekommen? Ja, wir hätten hier hinten noch... Okay, das passt mal nicht, wenn einer durchkommt, Leute. Weil es wird noch giftig genug. Wir werden das... Scheiße, wie mache ich denn das? Das mit der Vogelscheuche ist blöd. Tun wir den mal weg. Da nur einen hin. Wir werden das jetzt nochmal anders machen. Es ist schwierig. Es ist schwierig, aber schauen wir mal. Wir werden es schon hinkriegen irgendwie. Ich will jetzt nicht, dass hier einer durchkommt. Einfach, weil ich's kann. So, gibt's mal Geld. Hier auch noch einen. So, läuft. Wenn wir dann zwei Vogelscheuchen machen. Ich glaub, so ist es am besten. Wenn ihr in die Mitte eine Vogelscheuche macht, was ist dann? Warte mal, schauen wir mal wegen Geld. Was ist, wenn ihr die hier hin macht? Was hat die für eine Range? Muss mal gucken. Ja, hier ist sogar besser. Auf der anderen Seite... Die Unsichtbaren werden nur hier dann aufgezeigt. Das heißt, ich muss sie zweimal machen. Ah, das ist blöd. Scheiße, das funktioniert nicht so, wie ich mir das denke. Ja, wir müssen da ein bisschen ummodeln. Jetzt muss man schauen, wie ich mit dem Unsichtbaren klarkomme. Ja, funktioniert nicht. Ich hab's gefehlt. Okay. Ja, ist kein Problem. Wir müssen das irgendwie hinkriegen, ne? So geht's auch nicht. Das heißt, der muss weg, der muss weg. So. Oh, das ist jetzt aber scheiße. Ja, das ist jetzt wirklich scheiße. Und wir müssen das so machen. Hier in Unsichtbaren, da in Unsichtbaren und so muss das gehen. Sonst wird man da auch nix hin. Beidseitig halt, ne? So geht's halbwegs. So, hier auch so eine Vogelscheuche. Jetzt ist halt die Frage, was wird noch alles kommen? Wir müssen gut upgraden. Range habe ich, das ist okay. Verdammt schwierig, Leute. Ich würde gerne upgraden, aber das geht jetzt nicht, wenn die hier kommen. Jetzt geht's. Schnell, schnell. Braucht Geld. So, jetzt kommen die Unsichtbaren. Vorzugsweise mal nur von der einen Seite. Ja, von der anderen auch, okay. Da habe ich auch noch geupgradet. Das heißt, da habe ich weniger Damage. Äh, grauslich. Hau sie weg. Oh, das wird jetzt knapp. Zwei Schüsse noch. Schnell upgraden hier. Wir haben alle erwischt. Boah, ist das knapp, Leute. Ungute Runde. Macht nicht wirklich Laune. So, wie ist das ein Problem? Nehmen wir hier noch Artillerie dazu. Ja, einer wird schon mal durchgehen. Der Boss. Aber das kann ich jetzt nicht ändern. Können wir den noch ein bisschen lockt werden. Ja, das können wir machen. Eine schöne Range hat er hier. So, vielleicht noch was gegen Fliegende dann. So, der eine Fliegende geht durch. Kann ich auch nicht ändern. Oh, wie neige ich, ob wir das nun schaffen. Das ist sehr knapp. Die Bosse, die sind halt ekelhaft hier. Erbarmungslos und ekelhaft. Oh, da brauche ich sogar 50 fürs Upgrade. Scheiße, teurer Spaß. Hammer. Sehr schwierige Mission. Da muss man schon noch mal da durchkommen, Leute. Kann man den nur upgraden? Nein. Genau nicht, gell? Nein. Aber die anderen... Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020